kurz mal den hier machen markierung wie mache ich die wieder weg alle entfernen nein entfernen entfernen dich lasse ich mal für den fall der fälle dass ich da irgendwas noch mal machen will muss ich extra dahin damit ich dann auch egal ist übrigens interessant jetzt wo ich dann auf 5000 für ein weitchen gemacht habe die bitrate und danach jetzt dann 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 nach ein paar minuten dann auf 6000 gemacht habe daraufhin ist die jetzt irgendwie die bitrate konstant bei grün okay schmeiß mal den ganzen krempel hier rein die waffen genau ganz vergessen deine klamotten faulige weintrauben lazarus stein behalten mal wäre toll wenn man einfach knopf drücken könnte wo dann steht alle materialien einfach ins lager schmeißen okay sieht doch schon viel besser aus muss ich rasten sollte ich rasten ne brauche ich glaube ich nicht aber ich sollte dinges muss machen ich sollte den zauber da rausschmeißen wenn ich schon hier bin dann kann ich die die leute austauschen zilla würde ich eigentlich gern noch behalten machen wir oh ich kann oh ok wait level 999 ist maximallevel alter wie teuer ist das warte mal 887 millionen 312 532 1511 riftkristalle wenn ich so einen wassalen hätte falls es so einen überhaupt gibt der würde einfach alles one shoten oder aber ganz kurz ah jetzt bleibt das auf dem level ach so blöd was für ein level bin ich gerade eigentlich 38 ok 40 maximal ja geht ja ok machen wir magier ich will haben dass du mir eine ganz bestimmte sache gibst gib mir eis ist mir eigentlich egal ich habe das gefühl aufgrund wegen der klamotte die du kriegen kannst dass dann wahrscheinlich das dann das beste ist es könnte aber auch genauso gut sein dass es so viele leute hast du dann lieber hier die bikinis haben wollen und ehrlich gesagt diese bikini klamotten ist nicht meins wenn wenn ich schon was haben wollen würde dann würde ich wahrscheinlich eher das dann nehmen das hat hier was otto gerade an hat das sieht ein bisschen interessanter aus als halt dieses naja ich habe ein bisschen stofffetzen gefunden die ich dann als klamotten an sie oder bezeichne keine belohnungen dann will ich den vielleicht auch nicht unbedingt das ist eine interessante klamotte keine belohnungen keine belohnung aber deine stimme gefällt mir auch nicht auch keine belohnung zumal will keiner mehr belohnung hier raus hauen keiner hat belohnungen zumal zumal warum haben die keine aufträge die haben echt keine aufträge auf so einem level macht keiner mehr einen auftrag ja klar kannst ein pferd erzählen kann ich noch mal neu machen hoffentlich kommen jetzt nicht dieselben es kommen dieselben ich sehe sei jun und an wieder einmal und janet und ich glaube dass wir das sind dieselben das sind dieselben pappenheimer man war ein level höher dann kriege ich wenigstens nicht dieselben dann kriege ich wenigstens nicht dieselben außer ada wobei ne die slow sage ruby ok wenigstens ein paar neue äh was sind das für ein stab kein warum hat keiner mehr einen auftrag oder gucke ich hier gerade nach was falschem habe ich irgendwas eingestellt wodurch dann keine heim äh keine 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 basalen aufträge sind oder was hast du das nei warum haben die keine aufträge teil kristall Was ist denn ein Teilkristall? Das klingt interessant. Ist das auch wie so ein Lazarus-Splitterstein und dann kannst du quasi mehrere finden, die dann kombinieren zu einem Ganzen? Wow, was ein geiler Loot. Äh, das brauche ich nicht. Ja, aber nicht meine. Schönling? Ach, die Orange hat auch keinen Quest. Ich glaube, ich bin gerade im Kreis am Rennen gewesen. Kann das sein? Ja. Toller Elm. Wieso hast du ein Ritterhelm auf? Du warst das mit dem komischen Kristall richtig? Schön, dass du deine Beziehung zu machen. Gunst des Blitzes, Eises, Schutz, Blitz. Och, nicht schon wieder Blitzregen. ja okay von mir aus blitzregen oder war dann schmeißt ihn mal raus den brauche ich gerade nicht im wasserfall sollte ich suchen aber habe ich glaube ich nicht gefunden egal ja keine ahnung als dank christ hier in reisestein wobei ich sollte sie aber austauschen obwohl ich das eigentlich auch nicht unbedingt will aber zauber speicher beben donnermine blitzregen für irgendwas muss ich ja auch mal meine riftkristalle ausgeben sakura gandalf ja guck mal meine richtung ja ich meine also der sieht gar nicht mal so schlecht aus hingegen sage hier ist das noch ein gesicht oder ist das schon eine maske die hat hier kein wappen mehr darauf die hatten die hat fast schon ein schild nein will ich nicht das ist eine maske das ist eine maske interessant man bist du groß und ich dachte ich wäre groß alles quinn kate wanda golders ring der resilienz nix wow was das denn für einer mega man was das denn für einer und er hat keine belohnungen was davon ist das für ein körperbau das ist das muss aber irgendwie gemoddet sein oder so kann das sein so eine körperbau kannst du gar nicht haben in dem game ich habe versucht das aber dass das geht gar nicht so richtig ich habe auch bilder gesehen gehabt von anderen leuten die da was weiß ich was für monster hatten ich habe das gar nicht hingekriegt entweder gibt es da irgendeinen trick den man da haben kann oder keine ahnung es ist irgendwie gemoddet beaststeak muss man sagen warte mal kurz dreh dich mal ein bisserl um sieht gar nicht mal so schlecht aus würde aber mehr für für weiß ich nicht eine amazone oder so passen bänden ach so das war der den ich da mitgenommen habe keine belohnung 2800 euro bisschen knapp freer warum habt ihr alle keine belohnungen nette robe warum haben die alle keine belohnungen mehr haben die leute keinen bock mehr eine belohnung reinzukloppen oder was die command of power for magix is a saucer you can count on me to fight your aid in your hour of need i see not even the arisen could resist my child oh man äh wer hat hier irgendwas mit diesen komischen elfen sprache gehabt irgendeiner hatte was mit elfensprache gehabt keine ahnung ob das irgendwas interessantes ist hatte nicht einer irgendwas mit elfensprache große salamander starkes beben groß donnermine hagelsturm ja nehmen wir dich mal mit du siehst auch wie jemand aus der zauberer sein könnte äh anheuern ach ne erzmagier genau nicht zauberer erzmagier ja äh bye zilla war nett mit dir äh hier kriegst du einen lazarus stein zilla hat was muss ich sagen mag das charakter der sein von dem charakter so gesehen irgendwie passt da alles irgendwie zusammen finde ich ähm ich will noch nach melf ich möchte zwei sachen noch zumindest machen bevor ich ende mache wobei das wahrscheinlich alles auch schon eine ganze weile dann dauern wird aber ich will zumindest zwei sachen machen ich will nach melf und da richtung norden soll ich gehen glaube ich naja mehr geht ja eigentlich nicht ähm ich weiß ich weiß warte mal äh warte 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 ich brauch ich brauch ich brauch äh mein dingensbums nicht mehr gott diese frame rate hier ne nein nicht laufbahn wechseln erstmal er fähigkeiten erlernen betalität das ist das was ich haben wollte nein will ich nicht ausrüsten weil ich jetzt ja gleich erst ausrüste laufbahn wechseln äh da ist der krieger äh zum ausrüsten wechseln nein das werde ich dann später noch machen müssen okay meine fähigkeiten habe ich hier glaube ich nur drin glaube schon ich weiß zwar nicht gerade was das fähigkeiten sind aber irgendwelche sind verwässer deine fähigkeiten ziele zu stoßen zu ziehen wenn du sie festhält das ist vollkommen irrelevant glaube ich den schutz seines gegners zu durchbrechen das könnte glaube ich von nutzen sein genauso wie dominanz verringert die steigerung der verlustleiste wenn du schaden meines keine ahnung ob das gut ist wird eine maximale ausdauer das könnte nicht verkehrt sein letalität auf jeden fall rein da ist schon wieder diese komische fliege besteuern die bewegungsgeschwindigkeit beim tragen oder heben vielfach den verursachten angriffsschaden wenn sie keine kampfhaltung einnehmen das bringt mir glaube ich als krieger absolut gar nichts würde ich jetzt mal vermuten so dann nochmal kurz fix ihr lager erstmal einlagern ja einlagern 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 beibehalten ist das hat manchmal spüre ich da irgendwas ist das die komische fliege die mich manchmal berührt so waffen ich habe jetzt ein paar waffen zur auswahl das sind die flammenberg den ich das ist der flammenberg den ich gefunden habe dann dunkles element und dann ach so ich wollte schon sagen ich kann den stab da mitnehmen ok den augen quetscher will ich glaube ich nicht mitnehmen weil dunkles element besser ist und flammenberg ist etwas schwächer als dunkles element ich glaube dunkles element sollte ich wohl nehmen war vermute ich mal das mit dem mit der schlagstärke und klingstärke ich guck das mal irgendwann nach dem stream mal nach was das genau bedeutet weil es wird bestimmt auch irgendwie von nutzen sein denke mal genau diesen zyklopengelm nehme ich mal mit der sieht interessant aus war das die rüstung die ich vorher hatte glaub ja genau meine meine hose habe ich ja immer noch dabei bin ich schon wieder beim mittel angekommen gott ich habe hier ne achso genau warte mal die pfeile die kann ich ja jetzt wieder einlagern die brauche ich gerade nicht wobei die ganz nett war also wenn du damit da was machst dann macht dann ordentlich wumms zwei kilo ich sollte die rausschmeißen nur dann ins inventar reinholen wenn ich dann quasi was machen will ich würde gern leichter sein aber naja egal okay umziehen waffe an helm an da da achja hose hatte ich ja die ganze zeit schon an das sieht komisch aus der helm aber naja gut endlich wieder als krieger durch die gegend am dackeln ich habe gelesen dass es übrigens unterschiedliche schmiede arten wohl gibt und die machen dann unterschiedlichste dinge da gibt es wohl die einen die sind dann scheinbar so ein bisschen dass sie die magischen eigenschaften wohl verbessern dann hast du andere die machen mehr die physischen dann keine ahnung was das jetzt hier ist wobei doch warte mal bevorzugt eine die alle werte eines ausrüstungs gegenstands verbessern okay ist mir dann potenziell für das hier besser na vielleicht verbessere ich das lieber nicht hier vielleicht lieber ein bug batal oder so na gut auf nach merv mach mal platz da ich will da mich hinsetzen hoffentlich ohne zwischen teil hoffentlich ohne zwischen teil ach was das schon da waren gerade ein paar wölfe aber ich glaube die waren nicht wirklich wichtig ich glaube ich bin in merv angekommen okay dann muss ich jetzt hier bis abends nachts warten und irgendwo nördlich davon soll und irgendwo nördlich davon soll jemand sein ein typ namens bären oder so ähnlich diese waffe würde ich gerne haben oder irgendwas anderes vielleicht mit eis eis ist halt gut für drachen scheinbar was naja irgendwie auch wieder logisch ist ne ich meine halt ist eine große feuerspein der hexe was könnte davon vorteil sein womöglich wahrscheinlich eis was wäre ich nicht verkehrt wenn ich langsam mal ne hose hätte oder halt nur so ein gedanke den ich irgendwann mal erfüllen könnte hoffentlich okay man soll irgendwo nördlich davon blaue blumenleuchten sehen können es war hier in mel wo wir first encountered sir ulrica i remember it as if it was yesterday few places have left so deep an impression on us as this bis jetzt kann ich nix sehen weißt du was am besten gucke ich lieber vorher nach sonst geister ich jetzt hier rum ne halbe ewigkeit für absolut gar nix äh bären 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 startet mit garten der morgenglue nördlich von märz beziehungsweise westlich vom außenposten der grenzwache ich bin auch im märz nur ok da bin ich scheinbar nie hingegangen oder so baum zum geier habe ich hier oh das ist von dem typen das ist von dem typen den ich da jetzt da drin habe den den bänden